Hallo liebe Leute, herzlich willkommen bei unserem neuen Kanal. Wir kriegen immer wieder total viele Fragen und Rückfragen, wie soll ich eine Probe einschicken, wie mache ich das richtig, total viele Fragen zur Erkrankung und so weiter. Und da wollen wir euch jetzt einfach mal ein bisschen Videocontent zur Verfügung stellen, dass ihr euch da ein bisschen schlauer machen könnt und ein bisschen mehr einen Überblick über die ganze Thematik habt. Seit dem Jahr 2000 bietet ExoMed seine Dienste als veterinärmedizinisches Exotenlabor an. Unsere Spezialgebiete sind Parasitnachweise und gezielte Parasitenbekämpfung durch Diagnostik bei Reptilien, Amphibien und Fischen. Sektionen von verstorbenen Tieren, wie Reptilien, Amphibien, Fische oder Vögel. Molekularbiologische Nachweise von verschiedenen Infektionskrankheiten bei Kaltblütern, wie zum Beispiel BD bei Amphibien. IBD, Arenaviren bei Erschlangen, Herpesvirus bei Schildkröten und Kryptospyridien bei Reptilien. Nachweis von Würmern, Kokzidien und Gärtien bei Nutztieren und Heimtieren. Und Mikrobiologie von Bakterien und Pilzen, sowie Antibiogramme und Resistogramme bei Amphibien, Reptilien, Fischen und viel mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Lassen, glüangan, Gärtin, Dibels und Kaltblütern. Werbeben, Gärtin, Dibels und Kaltblüterien,